Hast du Fieber? Bleib mal stehen! Was machst du? Ich habe Fieber bei dir! Bleib mal stehen! Ich befinde mich noch gar nicht! Ich will nicht von vorne, ich will von hinten! Bleib mal stehen! Du musst zum Krankenhaus! Du bist kurz vorm Sterben! Ich bin doch schon tot! Na, na, na! Na, na, na! Bräh! Ja, bräh! Jaha! 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 Hallo! Guten Abend, Damen und Herren! Wir jagen Geister! Und wir haben heute einfach nur Spaß! Na? Also ich beschließe kurzzeitig anderweitig zu planen! Hallo, Guys! Gib uns doch mal ein Hinfuß! Ja, dann pusht der Button, Alter! Ich habe eh überall markiert! Und hingepinkelt! Müsst normalerweise... Der Button gepusht! Der wird in irgendeinem Zimmer sitzen! Der sitzt in irgendeinem Zimmer! Ab dem Button! Lauf! Mann! Nee! Nee, 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 nee! Nein! 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 Ich verstehe es nicht. Wo ist mein Denkfehler? Drücke ich auf der Tastatur falsch? Schaue ich nicht hin? Ich habe voll die Fettfinger hier. Ich rutsche die ganze Zeit ab. So schwitzig. Du schiebst doch nicht schon wieder auf fettige Finger. Das ist nicht immer das Problem. Ja, dann bin ich halt ein Nichtsköller. Aber das ist ein Versteig. Kann das wohl sein? Lasst ihn brennen, die dreckige Sau. Schminka, du sollst doch Specki nicht angreifen. Ich sage, lass Specki, du rüberst. Oh. Hat nichts gebracht. Scheiße. Es wird jetzt nicht geklippt, sonst hau ich euch. Wehe! Bis zum nächsten Mal.